Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei der Liga DAG, heute mit einem weiteren in League of Legends. Und die Liga ist komplett, wir sind zu fünft und ich spiele den Totengräber Yurik auf der Top sozusagen. Ganz cooler Champion, aber dennoch selten wird er gespielt. Aber ich dachte mir, ich packe den mal aus, zock eine Runde mal mit ihm. Und auf jeden Fall werde ich jetzt Pantheon hier kurz helfen, mich hier hinzustellen und natürlich jetzt unser Team vorstellen, unsere Liga. So, um angefangen wird Dio wird Meizaha in der Mitte spielen. Wie gesagt, ich spiele Yurik auf der Top, Megatest wird Pantheon spielen und natürlich wie immer den Drake mit Level 2 recht schnell clearen, denke ich. Und ja, ADC ist bei uns. So, Quang wird Jynx spielen und Syrus spielt Trash Support. Oh, das ist hier unten schon sehr gefährlich. Ja, ich bin da weggegangen, weil da drei Leute angekommen. Gegnersche Team besteht aus Ary in der Mitte, Shinzau im Jungle, Rumble ist mein Top-Gegner, Tristana, Alkari und Blitzcrank Support. Falls ihr euch mal, beziehungsweise, falls ihr mal Interesse habt, wie das funktioniert, wie Megatest Pantheon den Drake mit Level 2 legt, müsst ihr auf unserem Kanal vorbeischauen, Liga.DHG, beziehungsweise sollt ihr auch hier oben einfach mal unser Logo anklicken, da kommt ihr ja sofort dahin. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, wir haben nämlich ein Spezialvideo hochgeladen, wie das Ganze funktioniert. So, Rumble ist hier vorne schon. Der wird mich nerven wollen wahrscheinlich. Zack. Joke ist sehr malerlässig, deswegen muss man auch die Moormone kaufen, bauen wieder. Wiebe Urgott. So. Kann man diese Tooltips eigentlich ausschalten? Bei mir ploppt jetzt immer so ein Tooltip auf. Ja, bei mir auch. Ich hab das auch schon mal versucht, ich weiß aber nicht, wo. Wo man das Ganze macht. So, ich bin da jetzt zwei vor ihm. Ich will jetzt ein bisschen Schaden mal machen. Zack. So, wen haben die noch mal im Jungle? Äh, stimmt. Ich hab ihn jetzt, äh, ich hab das voll vergessen mit Dragon, ja. Ich mach den jetzt mit drei. Ja, ist doch kein Problem. Ja, ja, da sind wir mal drei statt zwei. Ich bin jetzt schon Level 3. Und ich geh jetzt auf den Sack hier oben. Mit meinen Ghouls. Das darf man sich aber auch leicht geben, ne? Ich puck ihn runter, ich puck ihn runter, jawohl. Ah, jetzt kommt der erste Gang. Aber nicht mit mir. Also den Zauberer, der grad hier oben hat, versucht zu gänken. Da hab ich einen, jawohl, Drake hat man, wir haben Drake. Uuuuuh, woi. Du dürftest auch eine Robel-Erfahrung gegeben haben. Ah, der Rumble nämlich hier oben grad dübelst Maß, Alter. Freut mich. Jetzt tue ich es so, als wäre ich weg. Und ich hoffe doch, dass der Rumble gleich hier rauskommt, weil er natürlich jetzt ein bisschen besser fahren will. Da kommt er. Ich knall alles drauf und er ist Blut von mir, jawoll. Sehr gut. Ich schätze mal, da hab ich ein bisschen überrascht. So, ich werd noch schnell hier rauspushen, mal ein gutes machen lassen und back to base. Wo ich auf den Last-Head gemacht habe. Auf jeden Fall werd ich mir jetzt die Träne holen. Bei Moamune ist Pflicht. Die Ghuls kosten sehr viel Mana, ist halt so. So, ja. Ich warte noch mal kurz auf den Trank. Also sonst, wie geht's sonst? Das Spot sieht gut aus, oder was? Joa. Die Tristana lässt sich selbst von mir ab und zu Auto hitten. Also vom Supporter. Warum auch? Wau mal, wau mal. Ja gut, du bist halt auch ein bisschen auf Range, ne? Also das würde mit einem anderen nicht wirklich gehen. Ja, und sie stellt sich halt zu dicht irgendwie immer ran. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Machen wir mal die Schicki im Jungle. Ne, hier. Im Rirr. Schicki, jawoll. Gibt es extra Namen für die Schildkröten im Rirr? Heißen die irgendwie? Ne, Kluftkrabbeler. Ja, Kluftkrabbeler heißen die. Kluftkrabbeler, jawohl. Mitte ist dauerlich zurückgegangen. So, ich bin level 6. So, dann guck ich mal, ob in der Mitte geboardet worden ist von Leon. Noch ein Auto-Tick? Oder? Minions? Ja, sehr gut. Cool. Hier natürlich nicht. Gucken wir mal hier rein. Auch nicht. Also Rival in der Mitte hat auf jeden Fall auf beiden Seiten nicht geboardet. Guck ich mal, ob er Top-Lane geboardet hat. Auch nicht. Okay. Ich habe keinen Mana. Den gönne ich mir jetzt mit Scheiße. Er kann, ich halte den. Sehr schön. Komm her, den stacken wir uns. Sehr schön gemacht, Mike. Sehr cool. Bin ich zwar fast gestorben, aber ja. Hast du, ist das noch gekommen? Ja, ne? Hier. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Mana. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe keine Mana. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Mana. Achso. Oh, da geht es ab. Da geht es ab. Leute, aufpassen. Boah, das ist auch gerade am Puschen. Ja. Ich bin sauernd auf jeden Fall. Gerade habe ich Angst gekriegt. Top ist miss. Ah, ne, da ist er wieder. Oh mein Gott. Oh nein. 19. Ich komme mir leider nicht weg, also. Oh, danke schön. Der Totengräber, Jorik. Ich gehe auf den Sack. Meine Gules. Geil. Und auch ein Gules. Bot ist, äh, mit ist, äh, miss. Die wird aber, glaube ich, gerade berufen. Nicht ein Gules. Hm. Wurde trotzdem Vorsicht zu haben. Ah, jetzt habe ich schon wieder kein Sweeper gekauft. Ja. Ja, hat ihr einen Blue gekriegt. Bäm, bäm. Damage vor der Wind. Zack. Nächstes Mal getwittet. Du, und dann gucke ich nochmal, ob die Mitte geworden ist, und dann, können wir ja auch mal. Ja, warte, ja, können wir machen, aber ich habe jetzt auch Ulti. So, Top ist auf jeden Fall miss. Hat irgendjemand den Jungler gesehen, den er? Ja, Liver Blue. Okay, der kommt top für die Botlane. Der kommt Botdrein, ja. Pass auf, Zink. Na gut, dann gehe ich. Komme ich auch mit Botlane. Ich habe ja meine Ulti jetzt, äh. I'm 6. I'm 6 o'clock. Ah, die haben hier gewordet. So, ich werde noch ein bisschen Tower-Maß nehmen. Ah, nee, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Rumble kommt. Dann gehe ich jetzt lieber back to base. Oder? Nee, ich fahre noch ein bisschen. Jetzt Mana trinken. Der Tod ist mein gebotenes Geschenk. Oh, sorry. Oh, ist sehr schön, aber trotzdem. Ist doch heute, wollte ich eigentlich nur festreden noch. Weil Drache ist da, können Drachen machen. Drache können wir machen, okay, dann machen wir halt den Dragon, ne? Äh, ja, Jynx kann denkmal weiter pushen, oder? Sag mal, wenn mit du weg bist. Ja, okay, dann push ich weiter. Also, ich weiß ja nicht, weil Patio kann es ja schon fast alleine machen. So, jetzt kann ich mir die Pickaxe kaufen, jetzt werde ich's back gehen. Weil ich habe auch noch kaum Mana, das pinkelt links. So, und? Ein mildes Freegang, ne, Mike? Wenn du Lust hast, dann mal, wenn du Dragon hast. Du solltest mal auf die Map gucken, was wir tun. Ja, ich meine, wenn du Dragon hast, halt, oder? Ja, bis dahin ist er weg. Der ist ja jetzt schon miss. Sauber. Sehr schön, jetzt zweiter Dragon für uns. Hier sehr schön zu sehen. Äh, top ist miss. Wird das auch miss? Nee, top ist on good. Wird das, wird das wir da? Jetzt werde ich, glaube ich, Rumble nochmal wegbürsten. Richtig schön maßnehmen werde ich ihn. Wird uns weg? Ja. Und die Kuhle machen, schaden. Oh. Mitte ist miss? Äh, Mitte ist miss. Egal. Weiter geht's. Zack. But, äh, top some miss. Zack. Zack. 7-1 steht's momentan. Er füllt die Liga. Mensch, sehr schön. Schöner Start für uns. Oh. Jetzt sag ich gerade was. Ja, Tristan, ob das so toll war? Ah, jetzt haben sie mich mal hier, Arash. Ja, den hast du aber richtig versemmelt. Best Job, ey. Obere River ist gewartet? Da haben sie mich überrascht hier oben. Da muss ich aufpassen. Äh, ich kann mir nix kaufen. Ja, genau, mach, mach doch den Tower. Mach doch den Tower. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du farmen. Ich warte hier nochmal ne Runde. Du bist das Unvermeidliche. Nein, das ist ein Zauberger top. Haben sie mich da ein bisschen in die Falle gelockt. Aber... Ich glaube, äh, Rambe hat den Kehl nicht bekommen. Ne, das ist ein Zauber hat ihn bekommen. Der hat erst 29 Farmen. Boah, war's? So, ich bin wieder da. Rambe, come on, ich gebe jetzt Schaden an dir. Achtung, Ava. Oh, ihr solltet aufpassen. Oh, sorry. Das ist kein Ding, hab's ja gesehen. Ich war gerade einkaufen. Hast du einkauft? Boah, wo warst du denn? Bei Lidl oder... Echt? Vielleicht Pip? Cola? Cola in Havanna? Ja, ist okay. Wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst. So, aber ich denke doch, da jetzt Rambe weg ist. Na, kommt sie. Ari kommt. Chao, anscheinend auch. So, top ist down. Pass auf, die hucken, die hucken. Hier steht aber auch kein Ward drin, also das war jetzt nur so ein pro forma Grab. So, top Tower ist bereit. Ich kann jetzt auch gleich mal ein bisschen in die Mitte kommen oder so. Denk ich doch. Bot Tower ist auch gleich fertig. Mid Tower ist auch bereit. Na gut, entweder macht der ja was denn nach unten. Ich glaube, der geht in den Jungle. Wollen wir den Jungle abfangen? Denk Chao. Wen? Ist hier wieder in den Jungle gegangen. Wacht, aber schon die Kröte. Boah. Ist egal. So, Mormule gekauft. Und weiter geht's. Ich werde erst mal als Barrel geworden. Ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt ne... Blitze kommt. Ich komme mal zu euch, Leute. Ich will Schaden machen, Tadj. Ja, die haben wir uns natürlich hier auseinander. Also irgendwie... Aber ich ist tot. Wo war's drüben? Achso, du hast da geklärtet oder was? Na, die haben mich ja abgespottet dann. Und dann war ich ja fast breit. Da muss ich weglaufen, aber... Trotzdem... Äh... Hätte... Hätte, hätte, Fahrradküttel. Mit Schaden war gerade... Äh, top ist Mitte. Kommen wir jetzt, glaube ich, runter. Hier ist noch. Ja, da ist ein... Chinzau drin, ne? Oh, ein Ghoul nur. Das gibt's doch nicht. Ist ja so schnell. So, ich hol jetzt den Tauber. Schaffe ich das? Jetzt hätt's auch nicht weglaufen müssen. Ja, hingerichtet. Jetzt hätt's ja nicht weglaufen müssen. Das war ja blöd von mir. Egal. Schade, wie viel Leben hatten wir da Tauber noch? 223. Na, okay. Einer hat Attack-Kette noch machen können. Ja, du hast ja keinen Kill abgegeben, ne? Ne, ist eigentlich alles gut. Ich geh jetzt trotzdem top wieder. Weil Rumble da oben... ...gegenpusht. Ich wollte grad sagen, wer kommt denn da mit Teleport? Nimmst du jetzt noch mal mit, oder was? Ist das besser, oder was? Naja, ich find's besser. Bin ich schneller auf meine Lane, kann mich schneller fahren. Mal ein paar Autos jetzt auf dem Tor. Oh, das schon. 253. Ja, der Drache ist gleich wieder da. Pass auf, da kommt... Mitte, Mitte ist Miss. Mitte ist ihr da. Mitte steht hier unseren River. Mitte könnt ihr euch entgegenkommen, ne? Passt auf. Drache ist auch gleich wieder da. Der Ulti, lass sie kommen. Oh, ist das Scheiß, hättest du nicht machen müssen, ne? Geht's mir das... Oh... Wohl, das stehende Stink. Ihr könntet ihr auch einfach stehen lassen, damit er nicht respawned, der Blue. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, das sollte man auf jeden Fall immer machen, fast. Also gibt als Jungle immer einen kleinen Vieh stehen lassen. Sooo, und? Jawoll, dritter Draxion. Doppeltötung, nice. Drei Sits gekriegt, oder was? Ja, gar nicht. Haha, Rumble, da war die Ulti wohl Favour. Das Unvermeidliche. Ari ist Miss, die war gerade ganz kurz Mitte. Pass auf, David. Ja. Ich hab ja hier ein Wort stehen, in die da hab ich X hingestellt, damit ich die beiden Gänge so ein bisschen... Ah, nee, ist ja da. Bisschen da gucken kann. So, ich mach mal Ulti in die Mitte, Dio. Okay, Dio, da komm ich hinterher. Ah, jetzt nicht mehr. Ah. Oh, ist schon G, ey? Ich bin nochmal abgespottet gerade, die Fotze. Ich hab auch keine Kraftausdrücke im TS, ne? Schade. Ja, ich meine, sowas geht ja noch, nur halt dieses, äh, rumgeschrei und so. Das sind ja gar normale Wörter hier. Nein. Nein, aber ich meine, wenn das dann so richtig ausartet und dann nur rumgeschrei ist, das gefällt mir halt nicht. Hat einer verlust unseren Blutnamen, oder was? Hat die kleinen Dinger stehen gelassen, oder wie? Ich hab da nix gemacht. Ich war da nicht. Auf jeden Fall war ich hier oben grad ein bisschen zu greedy, aber ich denke... Kann man sich auch mal erlauben, ich sag... Ich komm mal mit, ne? Ja, ich auch. Ich such hier ne Runde Shiggy, Alter. Brauchst du nicht, brauchst du nicht? Zum Glück hab ich verfehlt. Ja, hat alles funktioniert, das war geplant, das hast du abgesprochen. Ich hab da abgesprochen, gib's doch zu. Ich hab schon den nächsten KSC gesehen. Oh, Shiggy. Speedbuff. Und Baron kam da grad. Jawoll. Ich hab den irgendwie mal spawnen sehen. Richtig cool. Die können mit drüber holen. Brauchst du nicht kommen, ist gleich kaputt. Ja, voll doch. Nächste, wenn sie kommen, dann könntest du sie sogar legen. Nein! Ja. Ja, OP Support halt, ne? Ja, ADC. Muss auch mal sein. Ja, aber treibt nicht. Du hast keinen Mann mehr. Na voll jetzt scheiße. Ja, so. Halt ihn noch ein bisschen hin, ich komm von hinten. Vielleicht klappt das. Ich hab Angst gehabt, Maik, ich muss wegrennen. Ich hab leider keine Mana. Weil jetzt war nämlich auch mein Problem, warum ich so viel Angst gehabt. Toplane? Wollt ihr Toplane? In Tower holen? Ich wollte Toplane. Ne, wir wollten Mitte jetzt in Tower holen, weil... Mike, ey, lass mal auf meine Mana. Ist der Rat da? Du solltest abhauen. Wenn der dich anspringt, bist du tot. Und der Blizzcrank kommt auch. Ich geh jetzt mal Top. Ich bin auch auf dem Weg Top. Gott ist mega, Farid, hol ich mir. So. Ich bin so. Ah, da kommt wer. Ich glaub, der Rest kommt auch noch. So, Mike. Hier kommt Dings. Ari. Wenn ich ein bisschen Mana hätte, ich hab keine Mana leider. Schade, ich war ja schon tot, also bin ich da nochmal reingegangen. Ja. Das war sehr schlecht von uns und von mir noch schlechter, weil ich... Ich kann da nichts machen ohne Mana, ja? Alter, wie lange bin ich denn verlangsamt? Von wem war das denn? Von... Von wem war denn das überhaupt? Ich glaub von Rumble. Blizzcrank, oder? Oh. Ah, fuck, ich dachte, der ist alleine da. Wir sollten uns nicht abfarmen lassen, sonst geben wir das Game leider aus der Hand. Ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt bisschen konzentrierter spielen, sonst wird das... Sonst geben sie nicht auf. Jetzt geben sie nicht auf, genau. Hihi. Es wird eigentlich sonst immer aufgegeben. Das ist so gut wie... Blooper. Ja, den hol ich mir, den töd ich jetzt. Wenn noch Blizzcrank kommt. Nein, lass nur, komm, ich sitze trotzdem. Wer benötigt meine Dienste? Wer benötigt meine Dienste? Yes. Das Leben entgleitet... Schade. AW in der Mitte. AW, AW, komm mal hin. Komm, wir sind nicht hin. Ich kann fliegen oder was? Ah, Jumann. Aber wir sind einfach zu viele. Aber wir sind einfach zu viele. Denke noch. Das ist nix. Unterm Tower kämpfen ist nicht gut, alter Jungs. Nee, das war leider Fail. Du willst. Aber ich denke... Malz... Malz hat noch ein bisschen... Jetzt, come on. Müsst ihr kriegen. Sehr schön. Tristan aufpassen. Tristan aufpassen, ja. So, nächster Item wird das hier sein. Ich brauche mehr Leben. Rumble macht auch AP-Shar, ne? Ja, wenn ich Mana hätte. Aber wenn er mitkommt, dann können wir Drake machen. Also, wenn... Ich habe nur keine Mana. Rumble macht AP-Shar. Ich weiß gar nicht, warum der so auf Warmox gegangen ist. Mit 1000 Leben. Oder was ist das jetzt? 800 Leben. Ach, weiß ich. Vielleicht möchte er einfach nur Tanki gehen. Ist jetzt der vierte, ne? Jawohl. Der nächste, dann sind wir Imbar. Aber noch Imbar. Dann ist der Kopf... ...ausgefüllt. Sozusagen. Guck mir jetzt mal Blitzer. Der nervt mich sowieso. Ich bin auch auf dem Weg. Ich gehe kurz nach Red, weil... ...wegen Leben und so. Alle da, verdammt. Keine Hälfte vorревsschen. Aber mit der Schuss- oder Präzовые. Und so, was haben wir denn hier. Chen Xiao probiert natürlich Top zu drücken. Immer noch? Weiß ich nicht. Oder ist er jetzt schon zurückgeschangen? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich ja. wieder unter tauscht das ist mein tor machen machte erstmal den tower habe ich der tower sehr schön jetzt auch getötet haben wir botlen kann man das auch jahre nicht bot dann votieren jetzt können wir uns noch den nächsten ja ich ein tor nach über den tauschen nein mann ich wusste es auch nicht was macht ihr alter denkt sich krägten kauer die ganze zeit so ich habe noch zwölf leben ja kommt mir einer zu hilfe oder was das für mich aber ich habe drei fünfer schuhe also ich nicht er kommt der trash kommt das war falsch ich dachte eigentlich ich dachte ich wollte euch eigentlich nur zeit verschaffen damit er immer safe spielen abhauen wir besser gewesen vielleicht ja oder vorher sagen grab ihn ich wollte nur verbreiten ja ist zweimal gestorben also alles im grünen bereich und ich mit dann 202 fahren das war richtig geil ja botler müsste trotzdem herunter gehen also ihr könnt nicht alle immer mitte laufen zu spät ja sag mal zu der info wenn du auf dem tower port ist verhalbiert sich die port zeit ja das haben wir wirklich weg gemacht aber ich bin mir nicht sicher kann auch noch so sein aber scheiße kann ich gucken so ich bin unterwegs der jorik ist unterwegs neu zu langsam leider ja das ist ein pferd das ist ein pferd Geh, 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 Geh! Ja, da habe ich mein Ultimal-Üppel-Stars ausgemutzt. Einfach nur kurz, für zwei Sekunden warten und dann... So, das habe ich fertig. Das habe ich fertig. Nächster Eevee. Woll! Mach einfach den Mid-Farm weg oder geht durch. Ansonsten könnten wir auch Baron machen. Nach dem Tower weg, auf jeden Fall. Brauch nicht. Mach's gut. Immer vor dich werfen, die Bomben. Ja, das könnt ihr auch mitnehmen. Das könnt ihr auch mitnehmen. Bleib doch entspannt, ich töte doch schon. Atme, ey. So, lass mal Baron machen, ja? Ihr lebt doch alle, habt genug Leben, habt genug Schaden. Keine Mana mehr. Du hast doch genug Mana. Nee, das sind zwei Skillschutz, ja. Ja, ist doch reich doch, Alter. Besser, als wenn du gar nicht dabei wärst. Alleine schaffe ich den nicht, dann können wir ihn nicht machen. Ich komme. Ja, ich komme doch schon hin. Ne, jetzt brauchen wir nicht mehr. Wir drücken die raus. Bist du da, ist alles vorbei hier. Attacke, rechtes Gas, Leute. Drake ist wieder da. Jetzt sind wir am Baron hier. Warte, warum machen wir dort starten? Ja, das ist Baron geholt. Wollte ich gerade sagen, Alter. Mit ADC musst du es noch niemanden holen. Wollte Drachen noch holen? Ja klar, den holen wir schnell, los, komm. Den Drachen beziehungsweise. Warte, warte, komm her, komm her, komm her. Komm her. Moin, moin. Hi, Lati. Wir nehmen auf. Wir nehmen ne Runde auf. Und wir gewinnen. Jetzt haben wir doch diesen Super-Buff, ne? Jetzt haben wir einen Super-Buff. Jetzt leuchten wir also rot. Jetzt stehen wir in Flammen. Was für Mike ist das? Wärte das denn sonst sein? Ne, ich dachte der Ching Sao, weil der sich auch noch rumgetrieben hat. Jetzt haben wir einen Super-Buff. Boah, der Gegner hat doch kein einziges Match-Geld, ne? Ey, ich bin mal Blu. In der Mitte, da haben wir beim Inhibitor. Boah. Erstmal wird hier noch gekillt, ne? Zack, da kam der Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Ja, also ich dopp. Okay, geil. Okay, geil. Okay, geil. Guck mal, wie schaden ich jetzt schon mache, alter. Das ist ja der Wahnsinn. Zack. Gendia, Gendia! Ja, Leute, wir haben gewonnen. Wir haben fünf Mine and Drags geklärt, sozusagen. Wir hatten den Super-Buff, haben jetzt gar nicht mehr das Spiel beendet. Danke fürs Zuschauen. Danke, Leute, dass ihr mitgezockt habt. Ich denke, Jurek ist okay. Ist ein Champion, der nicht so alt so oft gespielt wird. Auf jeden Fall hat er coole Fähigkeiten. Sollte vielleicht ein bisschen überarbeitet werden. Dann wird er wahrscheinlich auch öfters gespielt. Nichtsdestotrotz, denke ich, war eine gute Partie gefunden. Und ich danke fürs Zuschauen nochmal. Und kommentieren, abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.